Das Modell der Hybridität beschreibt eine Neuorientierung der Identität eines Individuums. Laut dem Hybriditätskonzept konstruieren migrierte Individuen aus der Identität ihrer Herkunftsgesellschaft und der Identität der Aufnahmegesellschaft eine hybride dritte Identität. Menschen mit hybrider Identität fühlen sich mehreren Kulturräumen gleichzeitig zugehörig. So können in einer hybriden Identität vermeintlich widersprüchliche kulturelle Elemente nebeneinander bestehen.